Hallo zusammen, ich bin Cyril, ich bin im vierten Lehrjahr als Elektroinstallateur. Ich bin Philipp, ich bin im dritten Lehrjahr und auch als Elektroinstallateur bei Schweizer Zucker AG. Ich zeige euch heute die typischen Arbeiten von einem Elektriker. Kommt doch mit! Die Vielseitigkeit in unserem Beruf ist gross. Man hat Lampenwechsel, Steckdosen, Anschliessen, Trassenbau, Rohrinstallationen. Die Anforderungen, die man haben, sind sicher, man muss Mathe verstehen und ein Handwerkslungsgeschenk mitbringen. Nach der Lehre hat man gute Weiterbildungsmöglichkeiten und man kann für die Berufsbranche weitergehen. Ich hoffe, euch hat eiblich gefallen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch bei uns bewerben. Also, wenn ihr euch mit dir habt, dann geht es euch von meinem Berufsbranche weiter. Und bitte dann, wo wir uns bewerben. Und dann kommt ihr euch mit dem Geld!